Das geht auch? Das geht? Cool. Dann bin ich ja jetzt zufrieden. So, warte mal. Ist das da? Ja, laden bitte. Das sehen wir euch mal aus. So, dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir waren. Ah, stimmt. Wir haben die Wüste aufgesaugt. Da war was. Warte mal. Oh Gott, ich vergesse immer wieder die Tasten. Das ist doch echt uncool. Warum geht das nicht? Achso, geht's aus. Okay. Äh? Die ist ja auch Sand. Da muss man doch bestimmt irgendwas machen, oder? Okay. Ich bin ja an dem Ding. Ah, okay. Manchmal hilft es doch einfach nichts zu tun. Ich bin ja an dem Ding. Ich bin ja an dem Ding. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wiss ich wusste doch, dass es Ding was bringt. Ich weiß gar nicht, welche Etage ist denn das? Oh, ich vibriere. Ja, hello. Ich bin jetzt nicht auf die Idee gekommen. Au. Hallo Alex, wie geht's dir? Komm her. Wartet mal, die Fenster hier vergessen. So. So, wie weit kann man hier... Oder sind wir am Ende? Sind wir am Ende? Wir sind am Ende, oder? Können wir hier irgendwas machen? Achso. Achso. Ich glaube, ich muss warten, bis der Sand ein bisschen aufgefüllt ist, oder? Ich bin jetzt endlich zur Ruhe gekommen. Darf der Tag dann jetzt weg? Nein. Aber warte mal, kann ich das auch dahin kriegen? Komm ich denn da hoch? Okay, so noch nicht. Mir geht's ganz gut. Ach ja, Fallen. Ach ja, Fallen. Achso, warte. So geht das. Hallo, liebe Spinne. Hallo, liebe Spinne. Und liebe Fledermäß. Das geht jetzt zu. Das war doch klar. Da oben hin. Da oben ist eine Tür. Vielleicht führt ja von dort ein Weg nach draußen. Du musst irgendwie zu dieser Tür gelangen, Luigi. Okay. Bitte, die Spinne weg. Hab ich doch. Oh, Geld. Ich hab mir immer noch nichts für das Geld gekauft, ne? Wollte ich eigentlich letztes Mal machen. Warum haben wir das nicht gemacht? Ich bin einfach zu verpeilt. Ich laufe einfach immer weiter. Und tu nicht das, was ich tun wollte. Kenne ich aus World Dead Redemption. Oh, Herzchen. Beatles, hallo. Und Von Historian. Hallo. Wie geht's euch? Ich wollte gerade sagen, hier ist eine Tür, aber okay. Das bringt nix. Okay, das bringt auch nix. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ja, ist eingetroffen, ist auch schon grob eingerichtet, zumindest was OBS-Sachen angeht. Aber, ähm, muss doch definitiv ein bisschen dran rumbasteln. Langsam besser als Montag wieder arbeiten. Wie ist denn die Vision? Erzähl mal. So, warte mal. Wir gehen jetzt mal... Welche Tür gehen wir? Wir gehen die Tür. Geld. Geld ist immer gut. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist jetzt zu viel. Okay. Das heißt, ein Ding davon ist zu viel. Was haben wir denn hier noch? Die großen Dinger sind zu viel, ne? Okay. Kann ich das irgendwie... Hat gerade irgendwo x-kippen. Jetzt ist es wahrscheinlich auch zu viel, weil da sind jetzt zu viele Vasen drauf, ne? Eine Sache zu viel. Okay, okay, okay. I understand. Willst du mich verkackeiern, du doofes Ding? So. Jetzt. Okay, die Dinger sind zu schwer. Habe ich nicht noch irgendwas Kleines, was ich da drauf... Vielleicht mich selbst? Die Dinger war schon mal nicht verkehrt, aber es... Kann das jetzt? Jetzt ist es zu leicht wahrscheinlich. Warte. Ja. Ja, das Wochenende steht vor der Tür, da habe ich viel Zeit für sowas. Das stimmt. Ah, cool. Okay, das ist viel zu leicht. Der erste Teil gefiel dir gar nicht. Warum? Wir fangen jetzt mal klein an. Das ist schon wieder zu wenig. Gleich eine von den Vasen weg. Ich bin so Rätseln echt beknackt. Oh, damn. Was? Schokolademilch. Danke für deinen Follow. Geht doch. Oh, jetzt will ich den Kakao. Danke. Ich habe nicht aufgepasst, was passiert. Hä? jetzt habe ich nicht aufgepasst leute scheiße ach so ach so hatte das hat man weniger 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 gewicht weniger gewicht hat gepasst ja der erste teil war irgendwie nicht deins mehr gewicht was das ne passt nicht warte 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 wir gehen noch drauf da müsste es passen wir sind zu fett diese blöden basen da weg zu kriegen ist auch nicht einfach ist das jetzt passt also ich habe den ersten teil die story durchgespielt gehabt und endlich und beim zweiten auch die story ich weiß gar nicht ich glaube wir haben die story durchgespielt gehabt ich bin aber jetzt gerade ungeschafft ok ist gerade im gefängnis auch 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 Doch, nüchst du. Nüchst du. Au. Au. Bleibst du mal stehen? Also bei mir ist es jetzt schon länger her, dass ich das gespielt habe. Deswegen kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie weit wir waren. Obwohl wir das komplett durch hatten. Ich weiß nur, dass... Also wir waren bei dem Punkt, wo du, ähm... gefühlt tausendmal dieselben Missionen irgendwie machen musst. Für irgendeinen Rang. Da waren wir dran. Oh. Ein Herz hier. So, ich glaube hier kehren bringt nichts. Außer, dass ich die Schlangen aufkehre. Oho. Hä? Warte mal. Achso, warte. Können die Schlangen mal mich in Ruhe lassen? Hier. Danke. Immer noch mehr hier. Was soll denn das? Was ist das? Ja, das ist auch nicht so meins. Deswegen... hab ich dann auch... sozusagen aufgehört. Ich meine, die Gegner waren zwar... Oh. Waren zwar natürlich immer schwerer, aber... halt nicht meins. Das ist bestimmt da hoch, oder? Na komm schon, Sand. Geh... da rüber. Ja, deswegen sage ich dir, das ist irgendwann gegen Ende. Ich weiß nicht, ob man dann schon die Story an sich durchgespielt hatte. Keine Ahnung. Was muss ich tun? Also diese... Achso, warte. Ja gut, dass ich nicht gegen den... äh... mich gegen den... Laser stellen sollte, ist klar. Das bringt nichts. Aber ich check grad nicht, was ich hier gegen diese Dinger tun sollte. Warte. Ich kann doch irgendwie da hoch. Ja gut, jetzt bin ich Matschi. Also ich müsste es ehrlich gesagt noch mal anmachen, damit ich weiß, wo ich... schlapp, schlapp. Ja, was muss ich denn hier tun? Muss irgendwas mit den Dingern hier machen, das ist klar. Aber ich kann nicht... Ah, okay. Ich hab's verstanden. Fuck. Komm da nicht hoch. Oh. 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 Ja, ich bin jetzt hier schon wieder tot. Also ich muss dieses, äh... hopsen machen, aber... Aber ich muss halt irgendwie immer hochkommen, das ist gar nicht so einfach. Ich bin schon zum Pfannkuchen... Achso, nee. Wir waren shoppen. Oh. Ich vergesse. Manja shoppen. Mein Gott, du Geist. Geht's mir auf den Keks. Warum komm ich nicht da hoch? Achso, ich bin in den Laser reingelaufen. Das ist natürlich sehr klug. Wo ist denn? Weißt du? Ich bin sowieso schon nervig genug, die Dinger da hochzukommen. Und dann kommt, was im Tor verreißt. So. Hier komm ich jetzt bestimmt mit Klacks hoch, gell? Ja, natürlich. Oh, Markus. Okay. Ah, gut. Ich muss das Loch verschließen, damit das Sand mir den Weg nach oben ermöglicht. Ich verstehe. Gut, macht Sinn. Pizza? Oh, ich hasse dich. Das ist schon wieder... Warte mal, wie war das nochmal? Wow. Achso. Dann ist nochmal alles gut. Dann hast du dich nochmal gerettet. So. Kannst du dich bitte nochmal hinlegen? Danke. Warte, falscher Kass. Würden Sie sich bitte hinlegen? Leck. Einmal ausziehen. Ja, 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 ja. Achso. Ein Chip. Ich verstehe es. So. Ist doch irgendwo einer.